Ahura, der Hund, hatte alles beim Karat. Alles, was er wollte. Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen und er geht weiter und weiter und feiert sich und geht allen auf den Sack. Und dann ist er nicht nur ein Arschloch, sondern auch noch dumm geworden. Weil du kannst es nicht lassen. Und schon wieder ziehst du sie mit rein. Ja, du kleiner, ehrenloser Bastard. Es reicht mir, am 25.03. in der Batschkapp, zu Hause, hau ich dir so dermaßen die Fresse ein, dass dich deine eigene Mutter nicht mehr erkannt. Oh mein Gott, ich schwöre dir. Und diesmal, diesmal tun wir nicht so, als würde es irgendwelche Regeln geben. Weil du hältst dich sowieso nicht dran. Hast du nicht nötig. Weil du bist was Besseres, als wir alle zusammen. Diesmal machen wir es oldschool. Street Fight. Das heißt, ich kann dir in die Eier treten, ich kann dir deine Zähne einzeln ausziehen und ich kann dir mit meinem Daumen dein scheids Auge eindrücken. Und niemand kann was dagegen machen. Und diesmal guckt nicht nur die ganze Wrestling-Welt dabei zu, sondern auch deine Freunde und deine Familie. Und dazu kommt noch, ich mach diesmal nicht den Fehler und mach das einfach nur für mich. Diesmal mach ich das für uns. Verstehst du? Bring ihm noch ein Baby. Ich kauf, ich kauf seiner Freundin sogar noch ein Ticket für die erste Reihe, dass sie dabei zugucken kann. Mach das. Und danach kannst du diese ganzen Leute nehmen und nach Hanau ziehen, weil wenn ich mit dir fertig bin, kannst du dich nicht mal mehr in Offenbach blicken lassen. Das verspreche ich dir.